Hi, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei MrGG, es gibt ein bisschen was anzukündigen, weil es wird sich ein wenig was ändern hier auf meinem Kanal in Bezug auf Streaming. Ihr wisst, ich habe ja immer gestreamt, gleichzeitig auf YouTube als auch auf Twitch und es kamen hier und da immer mal wieder Nachrichten von Zuschauern, die mich darauf hingewiesen haben, dass das verboten ist, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube zu streamen, also gleichzeitig und ich Gefahr laufe, gebannt zu werden bei Twitch und ich habe immer wieder gesagt, ja, ich weiß, aber wo halt kein Kläger, da kein Richter, nur da es jetzt verhäuft immer vorkam, ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich dann doch jetzt ein bisschen Angst, denn es muss ja nur ein Zuschauer dabei sein, der mich irgendwann mal meldet und dann ist mein Account auf Twitch, ja, schlimmstenfalls gebannt und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich mich jetzt entscheiden müssen, streame ich jetzt in Zukunft nur noch auf YouTube oder auf Twitch. Ich habe auf YouTube mehr Zuschauer als auf Twitch, also eigentlich ist die logische Herangehensweise, auf YouTube zu streamen. Ich finde aber immer noch Twitch die schönere Plattform zum Streamen und deswegen, zu aller Überraschung, habe ich mich dafür entschieden, auf Twitch zu bleiben und nicht auf YouTube zu streamen. Meine Livestreams werden dann Zusammenschnitte oder so, wenn ich dann Last on Earth habe und da dann irgendwas Besonderes mache, werde ich dann Zusammenschnitte auch auf YouTube hochladen, sodass dann Leute, die gar nicht beim Stream dabei waren, trotzdem dann ein Videocontent haben, der dann auf YouTube hochgeladen wird, sodass dann nicht komplett der Stream ad acta gelegt wird für nur reine YouTube Nutzer. Aber ich hoffe, der ein oder andere macht sich auch einfach einen Twitch Account und schaut dort zu. Um das Ganze auch dann etwas schmackhafter zu machen, habe ich dafür noch etwas hinzugefügt. Ich habe nämlich jetzt meinen ganzen Streaming Setup von TipiStream weggelotst. Ich habe das jetzt alles nochmal komplett down gemacht und habe all mein Setup gewechselt zu StreamElements. StreamElements ist ein anderer Anbieter, der ein paar bessere Module und so weiter anbietet und darunter auch ein Treuepunkte-System. Und was man damit dann machen kann, werde ich euch einfach mal zeigen, was ich soweit alles eingestellt habe. Dafür wechseln wir erstmal die 10. Ich habe übrigens hier meine 10 jetzt auch neu gemacht. Wir haben ja hier mein Arcade Talk, also hier mit der Arcade Maschine und im Hintergrund halt diese laufenden, wie soll ich sagen, 80 Vibes Hintergrundbilder. Und dann gibt es einmal mein Streaming Bild. Das sieht so aus. Oben seht ihr jetzt neu die Anzeigen mit letzter Follower, letzter Cheer, letzter Donation, letzter Subscriber und halt mein Logo, was sich dreht. Und dann gibt es noch ein, wenn ich mal kurz weg bin, ein kurzes Pause Bild. Gibt es auch noch, auch in diesem 80s Vibe. Auf jeden Fall, wir gehen mal wieder zurück zum Streaming Bild und ich wechsle dafür mal eben ganz kurz eine Ansicht. Das ist jetzt Stream Elements. Bei Stream Elements habe ich einige Einstellungen gemacht. Und das Wichtigste zuerst, es gibt jetzt ein Loyalty System. Ich habe es noch deaktiviert. Beim ersten Stream werde ich es dann einschalten. Es gibt GG Coins, die ihr jetzt mit zuschauen bekommt. Und zwar werden das sein, hier steht noch 5, das werden 10 alle 10 Minuten sein. So und das bedeutet, für 10 Minuten zuschauen bekommt ihr 10 GG Coins. Abonnenten erhalten, also Subscriber erhalten alle 10 Minuten 20 GG Coins. Die kriegen das Doppelte, einfach als Schluss. Dankeschön, dass sie ein Abo dagelassen haben. Wenn man halt 100 Bits oder 1 Euro spendet, gibt es dann nochmal 50 Coins obendrauf. Ist aber nicht notwendig. Und halt wenn man subscribt, kriegt man 250 Punkte auf einen Schlag obendrauf. Was ist, was kann man mit den Punkten machen? Da gibt es verschiedene Dinge. Zum einen, zeige ich euch mal, ich werde ein Stream Shop hinzufügen. Da habe ich bis jetzt erst eine Sache eben draufgepackt, die mir so eingefallen ist. Falls ihr auch irgendwelche Ideen habt, was man im Stream Shop noch machen kann, sagt mir gerne Bescheid. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine 15 Euro Chance hinzugefügt. Die kostet 5000 GG Coins. Ich sagte 5000, man kriegt ja alle 10 Minuten nur 10. Wie lange soll ich denn zugucken? Ja, ich habe jetzt erstmal 5000. Das kann sein, dass ich jetzt nochmal ein klein bisschen erhöhen muss. Kann das sein, dass ich das runtersetze. Das ist jetzt erstmal so ein Richtwert, den ich gemacht habe. Aber es bleibt ja nicht dabei, dass ihr nur 10 GG Coins alle 10 Minuten bekommt. Sondern ich werde auch solche Wettbewerbe zum Beispiel machen. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich mache jetzt gerade LDOE und streamen gerade. Und ich habe jetzt die Raid-Aufgaben fast fertig. Und dann mache ich halt als Aufgabe, wird der nächste Raid eine Layer-Base. Und dann halt könnt ihr Option 1 Ja. Dann müsst ihr Befehl Ja eingeben oder Nein. Gebt ihr dann im Chat den Befehl Nein ein. Also Ausrufezeichen Bet Ja, Ausrufezeichen Bet Nein. Und dann könnt ihr halt auch Punkte einsetzen. Von 10 bis 10.000 oder 1.000 oder 100. Je nachdem, was ich dann einstelle. Und ihr habt dann eine gewisse Zeit. Bis dann, ich sage, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, eure Chats, eure Sachen zu setzen. Ich erstelle das dann. Und dann könnt ihr im Chat eingeben, Ja, ich glaube, der nächste Raid wird eine Player-Base. Ich mache Ausrufezeichen Bet und ich setze von meinen Punkten 50 Punkte. Sag ich jetzt mal. Dann seid ihr drin im Topf mit unter den Ja-Leuten und habt 50 Punkte gesetzt. Wenn das dann klappt und ihr gewinnt, kriegt ihr halt Punkte dazu gewonnen. Je nachdem, welche Höhe ihr eingesetzt habt, natürlich umso mehr Punkte. Je nachdem, wie viele insgesamt dann auch Nein gesetzt haben und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, wie ihr gewinnen könnt. Und dann werde ich zum Beispiel sowas reinpacken, wie Giveaways kann man Punkte zum Beispiel auch ausgeben oder so. Dass ich dann auch sage, ja gut, hier könnt ihr eine Kleinigkeit gewinnen. Das kann alles möglich sein. Das kann ein Ticket sein. Das kann irgendeine Kleinigkeit an Items sein, die ich hier noch rumliegen habe. Ich sage, oh hier, das verlose ich mal. Und das kostet dann zum Beispiel auch 20 GG Coins. Ihr könnt maximal 10 Tickets kaufen und dann könnt ihr halt mit Ausrufezeichen Enter oder Ausrufezeichen Ticket, geht beides. Leerzeichen und dann halt wie viele Tickets wollt ihr kaufen? 1, 2, 3 oder halt Max schreibt ihr ein. Dann habt ihr die höchste Anzahl an 10 Tickets und seid dann im Gewinnertopf mit drin. Und dann wird nach Ablauf der Zeit, kann ich dann sagen, so ich ziehe jetzt einen Gewinner und den nachdem gewinnt dann jemand. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ich kann auch machen, dass ich bei bestimmten Errungenschaften sage, ich gebe jetzt einfach mal, weil das so gut geklappt hat, gebe ich einfach jedem Punkte. Hier, Punkte geben. Dass ich dann sage, zack, ich gebe jetzt, ne, jeden oder den Streamer, weil der irgendwas cooles gemacht hat oder eine richtige Sache was geschrieben hat, zack, denen schenke ich Punkte oder ich schenke einfach jedem Punkte. Das werde ich dann auch machen, dass ich dann sage, oh das war ein richtig geiler Raid, das war ein richtig gutes Transportzentrumsache bei Last on Earth. Oder wenn ich dann Counter-Strike spiele, boah das war eine richtig geile Runde. Zur Feier gebe ich jetzt jedem Zuschauer, der jetzt gerade live dabei ist, Punkte, wenn er im Chat eben reinschreibt, Punkte oder GG, ne, solche des GG schreibt oder so. So, jeder der jetzt GG schreibt, kriegt zum Beispiel 50 Punkte geschenkt. Kann dann sein, dass ihr dann auf jeden Fall auch Aktivitäten im Chat habt. Sowas werde ich auch mit reinpacken. Und so läppern sich natürlich nach und nach die Punkte für Leute, die zuschauen und dann können sie halt, wie gesagt, im Stream-Shop für 5000 GG-Coins das dann kaufen. Wie kommt das hinten, wie kommt ihr da hin? Es gibt eine Shop-Seite dann, es gibt dann auch einen Stream-Link, da kommt ihr auf die Shop-Seite und da könnt ihr den Artikel einlösen. Könnt ihr dann einfach draufklicken, so ich möchte das jetzt kaufen. Das ist automatisch, wenn ihr eingeloggt seid, mit euren Account verknüpft, dann seht ihr auch, wie viele Punkte habt ihr. Ja, okay, ich möchte das jetzt kaufen für 5.900, ich habe jetzt erstmal nur auf 10 Stück gemacht, die man kaufen kann maximal. So, ich könnte es jetzt kaufen, aber da steht dann, es ist eine 15 Euro Chance. Deswegen kann es sein, dass ich das noch runtersetzen werde. Was bedeutet die Chance? Nun ja, die Chance bedeutet folgendes, es öffnet sich hier dieses Rad. Und dann kann ich halt, ich als Streamer, dieses Rad zum Drehen bringen. Ganz einfach, indem ich dann im Chat den Befehl erteile, dass jetzt das Rad gespinnt wird. Und zack, dann seht ihr es, es dreht sich in jedem, wo es stehen bleibt. Entweder ein Lose oder zack, hier bleibt es jetzt stehen bei Free Sub. Das heißt, dann habt ihr nicht die 15 Euro, aber ihr kriegt von mir einen Sub geschenkt. Und ich schenke euch einfach den Sub, wenn ihr dann selbst den Sub haben wollt. Wenn ihr sagt, nee, dann, ich bin schon ein Sub, ich möchte, dass er den Sub bekommt. Könnt ihr den auch weiter verschenken? Oder ihr sagt dann, ich möchte den jetzt nächsten Monat haben, dann notiere ich mir das. Und dann bekommt ihr den nächsten Monat, dann halt, dann braucht ihr da zum Beispiel keinen Sub ausgeben. Bei den Grünen ist halt Win, dann habt ihr die 15 Euro, könnt ihr aussuchen. PaySafe, iTunes oder Google Play Karte, die ich dann für euch hole. Dann gibt es noch 2500 Coins, das heißt, dann habt ihr 50% eure Coins wieder zurückbekommen. Und die roten Felder sind halt X, da habt ihr dann nichts gewonnen. Das ist halt die Chance auf die 15 Euro, wenn ihr das macht. Was kann man mit den Coins noch machen? Ganz einfach, Medienanfrage. Ihr könnt mit dem Code, ich glaube im Chat ist das Ausrufezeichen SR, Ausrufezeichen SR oder Ausrufezeichen Song Request, geht beides. Dann Leerzeichen und dann gebt ihr einen YouTube Link ein. Ihr sucht einfach ein Video aus YouTube, wo ihr sagt, gut, das möchte ich jetzt, dass das abgespielt wird. Dann ladet das automatisch hier in meine Warteschlange. Ich oder Max als Moderator kann dann gucken, ob das ein Video ist, was man im Stream zeigen darf. Nicht, dass da irgendwie nackte Frauen oder so gezeigt werden, ich dann gebannt werde. Und kann das dann, zack, hinzufügen. Kostet eine Musikrequest kostet 30 Punkte. 30 GG Coins und da könnt ihr halt dann, jeder kann das machen, das Video darf nicht länger als 10 Minuten sein, könnt ihr halt ein Video posten. Voraussetzung ist, es muss ein Musikvideo sein, also ein Song sein und noch andere Vorsetzung, es muss mindestens 40.000 Views haben und 75% positive Bewertung. Das heißt, das habe ich extra als mittlere Sache, ich könnte das auch noch viel höher schalten, aber das habe ich so gemacht, dass dann halt vermieden wird, dass irgendwelche, ich sag's mal so wie es ist, Kack-Videos ausgewählt werden. Sondern, dass man weiß, okay, das hat gute, positive Bewertung, es ist auf jeden Fall ein anständiges Video, was man im Stream zeigen darf. Und wenn das dann gemacht wird, dann taucht das einfach, zack, im Stream auf und ihr seht es hier unten links jetzt oder jetzt hier auf meiner anderen Seite, da hinten ist der Song, der dann abgespielt wird, das Musikvideo. So sieht das dann aus und dann wird der Song einfach abgespielt und zwar auch als Video in meinem Stream drin. So, das könnt ihr auf jeden Fall dann auch machen, also Medienanfrage wird hinzugefügt. Habe ich sonst noch etwas? Eigentlich nicht, ansonsten habe ich nur wirklich an den Overlays, wie gesagt, ein bisschen gearbeitet. Hier das Spinning Logo, Shit, okay. Ich habe halt die 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 wie heißt das? Alerts. Alerts habe ich halt ein bisschen angepasst, die es dann hier und da gibt. Kann ich euch mal ganz kurz eben zeigen, als irgendwas mal eben. So, als Emulation, wenn es euch jemand followt, kommt hier mein Guck-Guck-Gesicht. Da steht dann auch, wer gefollowt hat. Ja gut, jetzt auf weißen Hintergrund weiß, sieht es halt nicht so toll aus. Oder wenn jemand subscribt, sieht es dann so aus. Da wird dann richtig die Herzenfontänen geschossen. Oder halt, wenn jemand spendet. Ich mache jetzt mal einfach mal hier 50 Dollar. sowas halt. Oder wenn jemand raidet, mein Dings sagt, GG kommt dann einfach. Und das wird dann halt nach und nach einfach alles eingeblendet. Also, da gibt es das auch. Ansonsten habe ich nichts Neues hinzugefügt. Aber das ist dann das, was ich denke, da können dann vielleicht ein paar Leute, die dann auf Twitch zuschauen, die dann auch vielleicht dann mal bei Contrastriken so dabei bleiben, sich Punkte hinzufügen. Und ich werde, wie gesagt, auch den Shop erweitern mit anderen Dingen. Ich muss halt noch Ideen haben, was ich da machen kann. Kann zum Beispiel sein, dass ich dann Ratte gebe oder so. Da ich dann einfach mal sage, oh, möchte die auch eine coole Tasse haben? Weil ich wollte mir jetzt mal hier eine Tasse machen. Es ist nicht es ist nicht online. Ich habe nur schon mal geguckt, wie sowas aussehen würde. Deswegen, weil ich mir selbst mal was machen wollte. So eine Mr. GG Tasse. Wollte ich mal nur sehen, wie sowas aussieht. Dann gibt es dann halt die Mr. GG Tasse hier. Zum Beispiel mit meinen Gesichtern drauf. Zack. Wie so eine aussehen würde als eine Tasse. So was dann soll ich vielleicht verlosen. So ich dann sage, okay, jemand kann dann auch sich so eine Tasse gönnen. Mit den Punkten. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass er dann eine Tasse nach Hause geschickt bekommt oder hier so eine Tischunterlage. Wie so ein großes Mouspad, sag ich mal. dass dann es jetzt erst mal nur so aussieht. Das habe ich halt nochmal so geguckt mit dem GG Logo und hier unten nochmal mein Mr. GG einfach nur so ein größeres Mouspad da ist. Oder das sind meine Last Air and Earth Sticker, die ich da gemacht habe. so kleine Sticker. Dass ich sowas dann halt auch für Punkte zum Beispiel dann anbiete und ihr dann nicht Geld ausgeben müsst, sondern dann halt mit Punkten sowas dann holen könnt. Ihr mir dann eure Adresse und so dann hinterlegt. Die sehen andere dann nicht, sondern wenn ihr das dann kauft und ihr gebt eure Adresse ein, dann sehe ich das nur. Dann sehe ich, okay, dahin wollt ihr es hingeschickt haben. Die Tasse habt ihr gekauft für die Punkte. Ich kaufe dann die Tasse für euch und schicke sie euch dahin. Dass ich sowas noch nicht mache. Da bin ich noch am Gucken, ob ich noch irgendwelche andere Sachen vielleicht dann anbiete. Deswegen bin ich am Gucken, was man so machen kann, was sieht gut aus, was nicht. Und werde dann da und hier und da mal was machen. Wird auch noch vielleicht mit ein paar andere Designs ausdecken, was auch mit Last Air and Earth zu tun hat und so. Ja, sowas halt als Ideen gedacht. Ich hoffe, es findet Anklang bei euch. Schreibt es mal gerne in die in die Kommentare. Ansonsten habe ich hier noch eine Achterkugel, 8 Ball. Ihr könnt halt jetzt auch in meinem Chat mit dem mit den ja Code Ausrufezeichen 8 Ball Leerzeichen und dann halt eine Frage reinschreiben und dann kriegt ihr halt Antworten. Weißt du, so wie diese Achterkugel hier ist Patrick der bescheuertste Typ der Welt. So und dann gibt der Bot irgendwelche Antworten aus und kostet auch nichts, einfach nur damit ihr ein bisschen was im Chat zu tun hat. Ich bin am gucken, ob ich da noch vielleicht irgendwann was anderes mache, was ihr hinzufügen könnt. Vielleicht auch sowas wie duellieren oder so, aber da habe ich Angst, dass dann Leute sich zwei Accounts machen, um sich dann zweifach Punkte zu holen und dann halt einfach nur gegenseitig sich duellieren, um den Punkte von dem einen zum anderen zu übertragen. Den weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich hier und da noch am überlegen, was ich hinzufügen kann. Das war es jetzt. Das war eine lange Infovideo, aber ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen was aufklären, dass ihr wisst, was sich jetzt ändern wird. Also Streams in Zukunft nur noch auf Twitch, nicht mehr auf YouTube und so viel dazu. Ich würde mal sagen, der erste Stream startet auch in gut einer Stunde, also seid doch mal gern dabei. Danke dafür und bis dann, reingauen. Tschö, tschö.